Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Serie SolidWorks Tipps und Tricks. Mein Name ist Thomas Hildbrunner. In diesem Video betrachten wir den Unterschied zwischen dem Neuaufbau via Ampel-Icon und der Tastenkombination Ctrl-Q. So mancher Hotline-Anrufer wurde schon mit der Frage konfrontiert, haben Sie schon Ctrl-Q gedrückt? Der Supporter kommt dann gerne zu hören, ja, ich habe die Ampel gedrückt. Damit ist natürlich nicht die Ampelsteuerung an der Quartierkreuzung gemeint, sondern das Neuaufbau-Icon in SolidWorks. SolidWorks macht das Ändern von Bemassungen sehr einfach. Basierend auf Ihrer Arbeitsweise wird das Modell dabei automatisch aktualisiert, respektive muss der Neuaufbau durch Sie angestossen werden. Doch wann wird wie und wie tief neu aufgebaut? Wird eine Bemassung in einer offenen Skizze verändert, wird der neue Wert automatisch dargestellt. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn im Menü Extras unter Skizzen-Einstellungen die Option Automatisch lösen aktiv ist, was der Standardeinstellung entspricht. Wird nun die Skizze verlassen, werden die damit in Beziehung stehen weiteren Features ebenfalls automatisch aktualisiert. Dieser Vorgang kann je nach Modellkomplexität seine Zeit in Anspruch nehmen. Bemassungen können aber auch verändert werden, ohne die jeweilige Skizze bearbeiten zu müssen. Ein Doppelklick auf das Feature im Baum oder in der Grafik bringt die assoziierte Bemassung zum Vorschein. Hier noch ein kleiner Hinweis nebenher. Schwarze Bemassungen sind Skizzenmasse, blaue sind die Masswerte des betreffenden Features in die dritte Dimension. Zurück zu unserer Änderung. Ein erneuter Doppelklick auf das zu modifizierende Mass öffnet den Modifizierdialog. Neuer Wert eingeben und mit OK schliessen. Das Modell wird bei dieser Art der Änderung nicht automatisch aktualisiert. Dieser Zustand ist an der Ampel im Featurebaum zu erkennen. Weist mindestens ein Feature ein benötigter Neuaufbau aus, ist dieser Zustand zuoberst im Featurebaum ebenso ersichtlich. Auf diese Art und Weise können weitere anstehende Änderungen vorgenommen werden. Ihr grosser Vorteil dabei, sie müssen nicht jedes Mal warten, bis Solidworks alles durchgerechnet hat und werden damit effizienter. Alle ihre Änderungen sind nun in der Pipeline und ein Modell Neuaufbau steht an, um die Auswirkungen zu überprüfen. In Solidworks gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten, ein Modell neu aufzubauen. Wie es nun vermuten lässt, über das Ampel-Icon oder via Tastenkombination Ctrl-Q. Doch worin liegt der Unterschied? Gibt es überhaupt einen? Diese Frage soll vorab schon mal mit Ja beantwortet sein. Dieser Modell Neuaufbau ist aber eine extreme Gratwanderung. Kein Anwender schaut gerne der Sandor zu, möchte aber, dass das Modell jederzeit topaktuell ist. Beides geht leider nicht. Sorry. Doch worin liegt nun der Unterschied? Wird bei anstehenden Neuaufbauten das Ampel-Icon oder Ctrl-B gedrückt, werden nur die Features durchgerechnet, die auch ein Ampel-Symbol aufweisen. In meinem Beispiel der Wellendurchmesser, die Rotation und der Radius. Alle anderen Features werden weit möglichst ignoriert. Der Vorteil dieses Neuaufbaus liegt in der kürzeren Rechenzeit. Verändern wir wiederum ein paar Features, die einen Neuaufbau benötigen. Dieses Mal drücke ich dazu die Tastenkombination Ctrl-Q. Sie stellen sicher fest, dass dieser Neuaufbau länger gedauert hat. Doch wieso dauert der länger? Der Neuaufbau dauert länger, da Solidworks alle Features der Reihe nach durchrechnet, vom ersten bis zum letzten, ungeachtet ob notwendig oder nicht. Die Dauer dieses sogenannten Force Rebuild ist in der Leistungsbewertung ersichtlich und benötigt auf meinem Rechner rund 2,5 Sekunden. Ziehen wir doch ein kurzes Fazit aus dem Vergleich zwischen dem Neuaufbau wie Ampel-Icon und der Tastenkombi Ctrl-Q. Die Ampel rechnet schneller. Haben Sie jedoch den Eindruck, dass nicht alles aktuell ist? Führen Sie sicherheitshalber einen verstärkten Neuaufbau mittels Ctrl-Q durch. Das waren meine Hinweise rund um den Neuaufbau am Einzelteil in Solidworks. Ich hoffe, ich konnte mit diesem kurzen Video etwas Licht ins Dunkle bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie doch, falls nicht schon geschehen, unseren YouTube-Kanal. So verpassen Sie nie wieder ein Tipps-und-Tricks-Video rund um Solidworks. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, jeden Klick, jedes Like und jeden Share.